Christian Listesch, immer noch Listesch, Tor! 0 zu 1, fünfte Minute. Für Leverkusen die kalte Dusche, erstes Gegentor nach fünf Heimspielen ohne Treffer, den sie bekommen haben. Aber was für ein Tor! Skripnik, keiner bei Christian Listesch. Der kann noch ordentlich gehen und dann richtig gut gemacht, aber Jörg Booth mit einem Zwischenschritt kann er den halten. Fünfter Saisontreffer für Christian Listesch, persönlicher Torrekord in einer Spielzeit. Ungünstiger Beginn für die...